Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuh-Wie-Du-YouTube-Kanals. Passend zur Jahreszeit habe ich mir wieder ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Und zwar mit dem, was wir jetzt natürlich in den letzten Tagen und Wochen gehäuft auch hier im Geschäft hatten. Zwar der Freiraum bei den sommerlichen Schuhen. Wie groß sollte der sein? Wo fange ich an? Wo hört es auf? Wer uns einfach interessiert, der bleibt gerne dran. Ich würde mich freuen. Und dann würde ich mal sagen, legen wir doch gleich mal los. Wie ja unsere verehrten Zuschauer und Abonnenten natürlich schon wissen, geht es bei uns in fast jeder Folge um die Passform und um die Länge nach vorne beim neu gekauften Kinderschuh. Weil wir wären das auch nicht immer müde zu erwähnen. Der Kinderfuß braucht Platz, weil er wächst. Und das schließt sozusagen die Altersgruppen, ich sag mal von 1 bis 14 Jahre schließt das sozusagen ein. Was beim geschlossenen oder beim halbgeschlossenen Schuh immer nicht so ganz das große Thema ist, weil man es ja nicht sieht. Da sieht man auch nicht, ob der Schuh zu groß oder zu klein ist. Hier bei den offenen Modellen fällt es eben halt auf. Und auch da sind Mamas und Papas mitunter ein bisschen kritisch gegenüber, wie viel Freiraum denn beim Neukauf vorne frei sein sollte. Wie gesagt, ich erwähne es immer wieder, gerne mit dazu. Es geht um den Neukauf. Dass ein Kind sozusagen im Laufe der Tragezeit den Freiraum vorwächst, ist ganz normal. Weil, ich sag mal, ein Kinderfuß wächst ca. 1 bis 2, 2,5 Millimeter im Monat, je nach Kind. Je nach Struktur, je nach Beschaffenheit kann es also mehr oder weniger sein. Aber 1 Millimeter ist immer der Fakt. 1,5 Millimeter würde ich sogar schon mal als Grundvoraussetzung sozusagen mit annehmen. Und 2, 2,5 Millimeter gibt es durchaus Beispiele, selbst bei uns im Geschäft, die das also schaffen, innerhalb von zwei Monaten einen Freiraum von 9 bis 12 Millimetern zu verarbeiten, zu verwachsen. Jawohl! So, und damit sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Platz soll denn vorne sein? Natürlich unterscheiden wir dann immer zwischen den Kleineren, den Laufanfängern oder, ich sag mal so, diese kleine Gruppe so bis 3, 4 Jahre. Und dann gibt es die Größeren, sag ich mal, die sind schon versierter, die sind richtig forsch, die tippeln da richtig schön mit, mit Mama und Papa und machen eben halt schon ihr Ding. Und da reden wir von einem ganz anderen Freiraum. Und das heißt also, hier bei den Laufanfängern wählen wir, oder bei der kleineren, bei der jüngeren Zielgruppe sozusagen, wählen wir immer einen Freiraum von 9 bis 12 Millimeter. Und bei den Größeren von 12 bis 15 Millimetern. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie weit darf dann der Zeh sozusagen vorne sein? Wenn ich das jetzt bloß mal so grob mit meiner Hand, mit dem Daumen jetzt als symbolische große Zehe mal demonstrieren darf, würde ich das jetzt hier an dieser Sandale, an der Mädchensandale mal zeigen. Und hätte jetzt also gesagt, hier, wenn ich jetzt einen Schuh neu kaufe, dann darf die große Zehe nicht weiter als bis hierher kommen. Ich rede natürlich immer davon, dass das Kind schon mal ein paar Schritte mit dem Schuh gelaufen ist, der Fuß also relativ entspannt ist und das Kind jetzt nicht gerade sitzt. Weil, auch das wissen die Fachleute oder die sich damit beschäftigen, der Fuß hat sozusagen drei Größen. Wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich laufe. So, da wir im Sitzen schlecht uns fortbewegen können, kommt also immer, sobald ich mich sozusagen aufrichte, das Körpergewicht mit dazu. Das heißt, der Fuß streckt sich. Damit wäre es, ist es immer kontraproduktiv, wenn Eltern schon im Sitzen anfangen, die Größe oder den verfügbaren Freiraum zu überprüfen. Macht das bitte nicht. Stellt das Kind hin, lasst es ein paar Schritte laufen, am besten vielleicht sogar wie bei uns im Geschäft, eine Treppe hoch, eine Treppe runter und dann sehe ich sozusagen das Ergebnis. Hier wäre es also so, dass ich sagen kann, jawohl, ich habe hier vorne diesen Fingerbreit Platz und dabei rede ich immer nur hier von den zwölf Millimeter meines kleinen Fingers. Bitte nicht mit Daumenbreite oder so etwas anfangen. Ist ein No-Go. Ich sage es mal sozusagen, beim 160-Kilo-Mann mit uns zwei Euro Körpergröße fällt der Daumen schon ein bisschen sehr groß aus. Und deswegen, wie gesagt, ich würde nie auf eine Daumenbreite gehen, egal wie groß die da, das Däumchen sozusagen ist. Bei den Kleineren gestaltet sich das immer ein bisschen schwierig, weil da gucken irgendwie die Eltern sehr, sehr, sehr genau da drauf, damit es ja nicht zu groß erscheint. Ja, und man sozusagen mitleidige Blicke auf der Straße bekommt, aha, guck mal, kaufen Schuhe zu groß, nur damit es länger passt. Nein, ich muss natürlich auch immer wieder mit sagen, kauft die Schuhe mit dem Freiraum, dann seid ihr froh, dass in vier bis sechs Wochen immer noch ein bisschen Platz vorne ist. Wenn ich es jetzt also hier auch noch mal bei diesem Modell mal ganz kurz demonstrieren darf, meine Daumen ist wieder die große C, dann darf ich die hier im Höchstfall gerade mal so sehen. So, auch hier sieht man wieder, wenn ich hier teste, ich komme hier wunderbar mit meinem kleinen Finger rein. Ich habe hier diese 9 bis 12 Millimeter Platz. Ein bisschen Spielraum ergibt sich sogar hier noch aus dieser Lasche heraus, die sozusagen sich nach vorne schieben kann. Das funktioniert aber nur, wenn der Fuß noch relativ zurückgesetzt ist. Wenn dann die große C hier schon anschlägt, ist auch da finito. So, ihr seht, hier ist auch vorgesorgt, die große C kann hier gar nicht durchrutschen und Straßenkontakt sozusagen aufnehmen, sondern der Schutz ist hier durch diese zwei Lederlaschen wunderbar gegeben. Das Gleiche betrifft das Barfußmodell hier von Bundgart. Auch hier ist wieder ein Zehenschutz mitgegeben. Und wenn ich es auch hier noch mal ganz kurz demonstriere, da ist es sogar noch ein bisschen weniger. Dann sehe ich nämlich gerade mal so die Kuppe der großen Zehe. Das wäre dann sozusagen die richtige Länge. Dass ich das natürlich dann hier drüben weniger sehe, oder gar nicht, weil da die kleineren Zehen, das ist ja nun mal so. Also die kleine Zehe kann ja nicht so groß sein wie die große Zehe. Wenn die große Zehe natürlich schon Straßenkontakt aufgenommen hat, auch dann sollte man sich bitte tunlichst schnell bemühen, dass man da ein Ersatzpaar bekommt und dass das Kind sich nicht sozusagen Verletzungen zuführt. Wie das dann aussieht, wenn ein Schuh extrem zu klein ist, füge ich mal hier noch mit einer kleinen Abbildung mit dazu. Ansonsten, wir haben ja auch immer schon Themen zu dem, zu der Thema, zum Passform, haben wir ja Videos abgedreht. Auch dazu gibt es noch ein schönes Video im Anschluss, beziehungsweise wer das möchte, unsere Abonnenten bekommen natürlich immer gleich noch mal dieses Glöckchen. Frau Nowak hat wieder ein neues Thema eingestellt. Also auch da kann man sich noch mal ein bisschen brieseln lassen mit Informationen. So, ich hoffe doch, damit konnte ich euch wieder weiterhelfen. Achtet bitte drauf, weil Freiraum ist wichtig. Der Sommer fängt gerade erst an und demzufolge gönnen wir doch den Kindern etwas Luft. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.